Bereit für Weihnachten droht ihr jetzt Saftig Wuschel, Timen ohne Eiswürfel, das Totem Aurora und Overprint und das Weihnachtsbaum Hochdruckdesign. Außerdem gibt's Wuschel, Billy und Professor Koffer-Plüstiere, den Adventskalender und die limitierten 13 Jahre Vollprint-Designs. Limitiert nur jetzt auf shop.kf40.com. Ah, ist das schön. Izzy! Izzy, aufstehen! Du verpasst das neue Projekt! Oh, was? Verpassen? Nein, nein, ach, so wichtig. Du verschliffst, Minecraft-Hacker. Ja, Leute, neue Projekt zusammen mit Izzy zu zweit, glaub ich, gab's auch noch nie so. Ja, willkommen hier, Minecraft-Hacker in grün. Oh, und der Zing, guck mal. Wow. Ja, alles geil, Leute, willkommen hier zu Minecraft-Hacker mit Izzy. Hallo, ich freu mich mit dem Flur. Ja, guck mal, ich hab hier meinen eigenen Dschungel hier mit meinem Kopf und du hast hier deinen... Du hast einen eigenen Kopf? Oh, hier ist auch einen. Oh mein Gott, dein Kopf ist hohl. Mein Kopf ist hohl. Wer hätte das gedacht? Ja. Also, dein Kopf war auch hohl? Ja, same, oder? Ich meine, ich hab bei mir ein bisschen was eingerichtet. Hier hab ich so eine kleine Lounge, hier kann man sich hinsetzen, hier kann man Dings, Billy anschauen, wie schön der ist. Dann kann man dir auf Instagram folgen. Okay. Yeah, kann man alles machen, Leute. Und bei dir, ich hab, du richtest noch einen bei dir, oder? Ich werd nur einen richten. Ja, ich hab hier noch nicht so viel gemacht. Yeah, yeah, komm mal, wir haben so eine kleine Insel, wir sind in der 1.18, oder 1.19, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und Leute, Minecraft Hacker, neues Projekt hier. Lass deinen Daumen hoch da, bei uns beiden. Oder besser gesagt, lass den Daumen hoch da. Nur bei Flo. Nur bei Easy. Warte mal, das heißt beide, oder? Genau, bei erst beiden. Geht zu Flo, liked sein Video. Genau, geht zu Easy, lasst einen Däumchen da oben da. Bei mir kommt Minecraft Hacker jeden Sonntag und jeden Donnerstag um 12 Uhr raus. Und bei dir? Das passt richtig gut, bei mir Mittwoch und Samstag. Oh yes. Let's go, Leute. Aktiviert die Glocke. Auf geht's. Das Ganze, hier ist ein neues Projekt mit einem Hacker, Easy. Ja, hier ist ein Hacker. Minecraft, aber ein Hacker verfolgt uns. Ja, ich glaube schon, der ist ja auf dem Server, oder? Alles klar. Um echt zu, ich habe keine Ahnung, ja. Aber das werden wir hoffentlich herausfinden. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Easy, bist du eine Hackerin? Ich habe eine geübte Hackerin. Easy hackt, ich hackt den Bedwars. Ja, klar. Step on Rock, aktiviert. Ja. Fast. Alles klar. Und Easy, Easy. Du musst aufpassen. Ja, ich weiß, du stirbst in sehr vielen Folgen oft. Aber heute ist es wichtig. Weil Easy, weißt du, was passiert, wenn man in dem Projekt stirbt? Nee, was denn? Dann verlierst du ein Herz. Aber permanent. Das heißt, du hast dann nur neun Herzen. Nein! Aber du noch mal stirbst auf acht. Und dann sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich gehe mich vergraben, dann kann ich nicht sterben. Easy, wenn du auf null... Okay. Und wenn du auf null Herzen bist, oder ich auf null Herzen bin, dann ist man raus aus dem Projekt. Und der andere gewinnt. Boah, krass. Pandora, Apollo oder so. Aber es wird ein Mittel... Oh mein Gott. Ei, Leute. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Warte mal, ich schaue mir jetzt vom Wetter weg an. Aber das wird meine Base, Leute. This is my Base. Oh mein Gott. Schaue ich das mal an hier. Es ist eine Lush Cave. In einem Berg. Ei, Leute. Das ist so sick. Leute, wir spielen zum ersten Mal ein Projekt auf 1.19. Das heißt, wir haben hier brandneue Sachen, wie zum Beispiel diese 1.18 Landschaften, die übelst insane ausschauen. Warte mal. Leute, in dem Projekt werde ich als Haus hier das bauen. So eine Bergbase. Ich habe schon lange eine Bergbase mehr gehabt. Und ich habe noch nie so eine Bergbase hier gehabt. Irgendwo hier. Was zum... Was war das? Billy! Ei, Billy! Die gibt es auch noch! Ei, Billy, ich habe fast vergessen, dass es dich gibt. Ha, nein. Spaß habe ich natürlich nicht, Billy. Billy, steig ein! Wir gehen auf hoher See. Oh. Oh, Billy. LOL! Wait, du hörst du das? Ich höre so... Oh, Billy, Billy. Ich höre es. Warte, Billy, geh mal weg hier. Hörst du das? Billy, von wo kommt das? Da drüben! Ei, da schaut es so schön aus hier alles. Guck mal, wir können hier eigentlich noch ein paar Kuh machen, Billy. Ja, Leute, wie gesagt, lasst ihr einen Daumen hoch da. Für MindShop, Hacker, das neue Projekt. Bei neuen Projekten ist es immer ganz wichtig. Wo ist denn das, Billy? Billy ist eine laufende Pflanze. Billy muss ganz vorsichtig sein. Diese Pflanze, die ist am liebsten. Kleine Hunde mit Hüten. Ich weiß nicht, was das ist. Aber, Leute, ich weiß auf jeden Fall, ich werde hier safe in der Base bauen. Das wird richtig geil werden. Leute, abonniert mich mal, damit ich keinen vorherigen MindShop-Tacker verpasse. Leute, bitte. 1,5 Millionen noch dieses Jahr. Der Traum ist ja lebendig. Billy, was sollen die Leute machen? Abonnieren. Leute, uns fehlen ungefähr 6.000 bis 7.000 Abos in einem halben Monat. Leute, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber drückt da den Abo-Button. Ja, klaut von mir aus irgendwie ein Handy von eurem Busfahrer und abonniert mich damit. Okay, macht das vielleicht nicht, Leute. Das ist illegal. Aber, Leute, wisst ihr, was nicht illegal ist? Mich zu abonnieren. Deswegen. Okay, alles klar. MindShop-Hacker kommt, ich habe es schon gesagt, jeden Sonntag und jeden Donnerstag um 12 Uhr. Aber auf diesem Kanal kommt es auch raus. Also, ich bin richtig gespannt, um wieder so ein Projekt zu haben. Vielleicht, Leute, ich kann nichts versprechen, vielleicht kommen im Laufe von einem Projekt viel später andere Leute dazu. Aber das werden wahrscheinlich nicht Toops oder Euron sein, weil die machen beide keine aktiven Videos mehr. Und es gab ja auch schon Apollo und Galactus. Es gab noch nie ein Projekt zu zweit mit Easy. Und, Leute, ihr wisst... Warte, Billy, stimmt, warte. Warte, Billy, hilf mir mal, den Baum hier abzubauen. Weil, Leute, ich bin gespannt, was wir hier alles machen können. Und was der Hacker tatsächlich hier vorhat. Okay. Warte mal. Warte mal, ich habe keinen Sticksteam-Craft-Tieb drin lassen. Ja, guck mal, Billy, hier kann man hoch. Warte, warte, wie viele Stockwerke gibt es hier überhaupt? Ah, komm, hier ist auch der Stein so. Oha! Okay, Leute, Leute, ihr müsst mir das Wichtige in den Kommentar schreiben. Das ist das Wichtige in den Chat. Baue ich meine Base? Und ich könnte alles hier oben als Base bauen. Mit so Brücken als Übergang. Oh, mein Gott, Billy, hier ist schon wieder laufender Lush Cave-Pflanzenbaum. Genau, wir können alles hier machen. Guck mal, wie riesig das hier alles ist, die Lush Cave. Billy, was ist denn? Oh, Billy, was? Warte, Billy? Billy, du hast Instagram? Billy, der Baum, er schaut dir zu. Hallo, Mr. Laufender Baum. Wollen Sie mir folgen auf Instagram? Chaos Ryan's Retro 7 heiße ich. Und, Leute, als kleines Special für Weihnachten verlose ich zuzeit einen 50-Euro-Gutchen für meinen Shop hier. Mehrere sogar. Deswegen, aber nur, Leute, wenn ihr gewinnen wollt, gratis 50 Euro, dann müsst ihr erstens mir folgen auf Instagram, Chaos Ryan's Retro 7. zweitens alle meine neuen Beiträge liken und drittens einen Kommentar schreiben. Aber keinen wie, Flur, ich will gewinnen. Ja, dann werdet ihr gebannt. Schreibt irgendwas irgendwie passend zum Bild. Was normal ist, ja. Aber ihr müsst alle diese drei Sachen machen. Und, was noch cool wäre, ist, wenn ihr mich auf YouTube abonniert. Aber leider die drei Sachen machen. Ihr habt bei jedem Bild, was ich gepostet habe, oder jedem Post auf Instagram eine eigene Chance zu gewinnen. 50 Euro oder so gewinnen. Hallo. Ich glaube, der ist nett, Leute. Ah, ja, Leute, stimmt. Und der ist hier. Team Melone Gigajet. Billy. Giga Billy. Stimmt, Billy. Ich erinnere mich in Pandora. Da hatten wir alles Gigabilly-Bild. Jetzt gibt es offensichtlich sein, Leute, ja. Hol euch Team Melone Fitness, beziehungsweise Team Melone Gigajet. Shop.caus.com. Ich habe es gerade an hier als Tanktop. Gibt einfach das Hoodie, Leute, ja. Äh, wenn ihr ein normales, äh, Anti-Objekt haben wollt. Oder hier als Tanktop eben, wenn ihr trainiert oder so. In Grau und in Grün. Beides. Ihr unterstützt mich, Leute. Ohne eure Merch-Fans-Serie wie Hacker nicht möglich. Oder alles, was ich gerade mache. Deswegen freut mich das. Und Billy, ist das Action hier? Kann man hier wirklich Parcours machen? Guckt mal. Ich habe noch nie diese neuen Pflanzen hier ausprobiert. No, ich habe keine Ungerleiste mehr, Billy. Nee, 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 nee. Billy, wir müssen was zu essen finden. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie. Und ich erkund mir diese Lush Cave hier. Billy, schau, dass der Dings nicht unsere Items klaut. Kann ich hier runterfahren? Ja, kann ich. Oh, die sind Axolotls, Leute. Seht ihr die? Okay, die Frage ist, Leute. Wir haben jetzt sehr viele in dem Projekt, Leute. Es wird sehr viele Minecraft-Hacker geben, was man erst in ein paar Folgen merken wird. Ja, deswegen heute sollte alle anfangen. Aber wie gesagt, maybe kommen später mal ein paar Gäste oder ein paar fix neue Mitspiele hier dazu bei Minecraft-Hacker. Aber, Leute, kann auch sein, dass das ganze Projekt keiner dazu kommt. Es ist alles noch nicht fix. Aber sollte ich vielleicht so im Januar da was tun? Warte mal. Ich sehe ein Name-Tag. Warte, easy? Warte! Das war nicht wie... Leute, Leute, warte mal. Leute, wer war das? Es war ein roter Name-Tag, habe ich gesehen. Oh, mein Gott, ein Herz. Leute, es gibt hier ein Projekt Special-Herzen. Das heißt... Warte mal. Ich glaube, das ist eins von denen. Aber, Leute. Man kann Special-Herzen nur vom Hacker kriegen. Auch Herzen, dass man wieder aufheilt. Wenn ich jetzt einmal sterbe, bin ich permanent auf neun Herzen. Aber man kann nur... ...durch den Hacker Herzen wieder kriegen. Und Bonus-Herzen. Hard Aspect Ocean. Leute, guck mal, jetzt habe ich ein blaues Herz. Seht ihr das? Hier unten. Und was macht das? Steel Leaf-Spitzhacke. Totems. Emeralds. Eggplant-Burger. Leute, Burger. Novelty-Head. Er war die Nummer 1. Oh, mein Gott, Leute. Es ist ein Spongebob. Erkennt ihr das? Komm, ich esse mal einen Burger hier. Oh, mein Gott, der Burger ist richtig gut. Mysterious Bundle. Terror-Bladed Chakram. Wenn in der Hand, gibt es Haste-Effekt. Und wenn ich jemanden schlage, Poison 2. Okay, das ist sehr gut. Ein Minzkuchen. Weed-Foil. Macht Pflanzen zum Wachsen. Ein Lagerfeuer. Und ein Spore-Sack. Billy, Sack. Wo kann ich das ausrüsten? Talisman. Also, ihr merkt schon, wir haben sehr viele verschiedene Sachen und Mods hier drin. Wo kann ich einen Talisman ausrüsten? Er müsste hier irgendwann hingehen. Irgendwo hingehen. Okay, muss ich mir mal anschauen. Aber, Leute. Ich habe jetzt endlich... Warte mal. Ich habe nicht nur Totems bekommen. Ich habe auch ein Bundle. Wait. Ich will unbedingt mal... War nicht irgendwo ich hier einen Schiffswrack feiern? Und, Leute. Soll ich einen Axolotl zähmen? Weil ich glaube, ich hier... Wait. Warte mal. Wait. Das blaue Herz gibt mir... Conduit Power und Dolphin's Grace. Guck mal. Jetzt bin ich super schnell im Wasser. Alles klar. Okay, Leute. Wir gehen zum Schiffswrack. Wir machen Speed-Jun. Ich glaube, wenn wir Glück haben, kriegen wir wieder Eis. Dann kann ich mir ein bisschen Rüstung machen. Aber, Leute. Wir müssen immer noch ausfüllen. Wer ist der Hacker? Was macht der? War das vorhin gerade der Hacker da? Spür mal zurück und schickt mir irgendwo ein Bild. Ich will nur wissen, wer das war. Oh mein Gott. Okay. Alles klar. Aus Speed-Juns wisst ihr. Hier. Hier ist Getreide drin. Eine Zwiebel. Ein Weihnachtshut. Bucket of Cosmic Cod. Wait. Warte mal. Ich gehe mal hier kurz hoch. Hier ist ein 13-jähriger Fullprint-Holie drin, Leute. Holen. Es gibt es nicht mehr mal 13-jähriger Fullprint-T-Shirts. Ganz, ganz wenig Stück. 100 Stück oder ein paar hundert. Shop von causity.com. Gönn euch die. Flying Fish Boots. Step Strider 5. Warte mal. Wie schnell bin ich jetzt? Oh mein Gott. Okay, damit kann ich Easy super schnell besuchen, wenn ich da irgendwo hinten... Oh mein Gott. Okay, Leute. Das ist geil. Ich dachte schon, es könnte vielleicht ein bisschen nervig werden, wenn ich weit durch die Ozean schwimmen muss, bis ich irgendwann bei Easy oder beim Spawn bin. Aber damit ist es ja super einfach. Watering Can. Hier habe ich ein paar Gießkanne einfach. Und ein Weihnachtshut. Okay, alles klar. War hier noch irgendwas drin? Seil. Okay, brauchen wir nicht unbedingt. Lasst mal schauen. Hier ist irgendwie eine Schatzkarte meistens oder so. Aber die ist irgendwo. Können wir mit demnächst vielleicht mal suchen, wenn ihr wollt? Hier ist ein Buch, wo man was reinschreiben kann, wo nichts drinsteht. Oceanographer. Oh, ich will nicht das... Platziere Spontane Villager. Okay, ich nehme mal alles mit einfach, Leute. Ich weiß nicht, was wir brauchen können hier. Deswegen, es könnte alles nützlich sein. Und hier finden wir meistens noch Eisen. Oh mein Gott. Warte mal, Wuschel! Was machst du in der Kiste drin? Wait, ich habe unter Wasser atmen wegen dem Dings. Oh mein Gott, wie viel Eisen, Leute. Die haben auch Silber gefunden. Und dir? Neptunium Ingoth? Ey, Leute, das ist ja richtig viel. Warte mal, ich nehme mal wieder das hier. Ey, Wuschel, freue mich, dich wiederzusehen. Alles gut bei dir? Okay, die Frage ist, habe ich jetzt hier Holz? Komm, dann kann ich mit dir... Oh, ich habe einen grünen, geschaffenen Teeble. Oh, der schaut richtig geil aus. Kann ich eine Silberachs machen? Nee. Eisenachs kann ich aber machen. Ja. Wuschel? Wuschel, an dir? Wuschel. Okay. Äh, ich würde mal sagen, wollen wir, warte mal... Wollen wir hier... Ich weiß nicht, ob ich das Schiff... Das Schiff eigentlich schaut echt cool aus. Ich glaube, ich lasse das mal hier. Ich glaube... Wuschel, schlagen wir rein hier. Yeah, Leute! Wuschel, kannst du endlich wieder Billy treffen? Ey, Leute, es ist einfach so nice. Ich habe so ein Projekt auch schon wirklich vermisst mittlerweile. Aber okay. Genau, hier waren wir. Mein Boot kann ich eigentlich hier stehen lassen. Das ist nicht sonderlich schlimm. Genau. Äh, ich wollte es mal auch schon... Warte, Billy! Wusch mit dir? Billy hat das Monster nicht gefressen? Das komische, äh... Pflanzenmonster? Ey, guck mal, das ist auch so nice. Innen wächst einfach Moos. Das Pflanzenmonster ist noch da. Guck mal, wir können uns hier unten theoretisch in der Base bauen. Warte mal, ich meine, wir haben einen Chest hier. Oh, ne, grünen Chest. Okay. Und hier haben wir jetzt Totems. Oh mein Gott. Das sind sogar exaktuelle Totems. Okay, aber ich weiß nicht, ob wir da so viel Glück haben bei den Totems. Dems. Was war das? Ich seh, nehm... Hacker? Oh mein... Hallo, Mr. Hacker. Was? Okay, was hab ich dir getan? Leute. Ich hab' mein Herz verloren! Bin ich versteckt, ich bin ich versteckt. Warte, wo ist Wuschel, wo ist Wuschel? Wuschel! Was hat der für ein... Was? Lass Wuschel in Ruhe. Was macht ihr mit ihm? Was hast du mit Wuschel gemacht? Was? Er hängt mich! Hä? Ähm, Hacker? Ähm, du, äh... Äh, äh, ich kann für dich arbeiten, okay? Wir können einen Deal machen. Gib dir ein Totem, wenn du mich umleben lässt. Oh mein Gott. Warte, wo ist Wuschel? Ist Wuschel oben? Wuschel ist nicht oben! Wuschel! Warte mal! Aufgabe! Wait! Muss ich eine Aufgabe machen für den Hacker? Ja? W Кстати. Teamel ohne Eiswürfel, das Totem Aurora und Overprint und das Weihnachtsbaum-Hochdruck-Design. Außerdem gibt's Wuschel, Billy und Professor Koffer-Plüstiere, den Adventskalender und die limitierten 13-Jahre-Vollprint-Designs. Limitiert nur jetzt auf shop.caus50.com.